Dieses zum Kauf angebotene Objekt liegt in Duisburg. 1950 wurde dieses Drei-Etagen-Haus erbaut. Das Ladengeschäft verfügt über einen Keller sowie einen Parkplatz. Auf einer Gesamtfläche von ca. 3000 Quadratmetern weist das Objekt eine Verkaufsfläche von ca. 1800 Quadratmetern auf. Der Laden hat einen Kaufpreis von 590.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017